Hallo und herzlich willkommen bei The Call of Jesus. Wir feiern wieder Jugendgottesdienst, heute in so einer gemeinschaftlichen Runde, sehr gemütlich. Und wir haben Paul Cheetham bei uns aus Amerika, aus Texas. Und er hat ein starkes Wort mitgebracht. Schade, wenn du nicht dabei bist, sei beim nächsten Mal dabei. Und für die, die dabei sind, es wird super. Es wird gut. Es wird richtig freudig. Ihr wisst es wie immer. Gott hat was vorbereitet. Ciao. Ihr wisst jetzt einen Menschen finden, dessen Namen mit dem gleichen Buchstaben. Und der Tag beginnt wie dein Name. Und ein Tag beginnt wie dein Name. Gute Zeit, Gute Zeit, Gute Zeit, Gute Zeit und Gute Zeit und Gute Zeit I love, I love, I love you Jesus, I love, I love, I love your presence in the glory. In the deep of your presence, I find rest for my soul. In the deep of your love, I find peace makes me whole. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Oh my God, it's really crazy. Vielleicht hat man bei jedem nicht so etwas gesehen, aber ich konnte wirklich spüren, wie in der gastlichen Welt, die Menschen berührt hat und ihre Herzen fendet hat. Ja, das war einfach richtig, richtig gut. Einfach so eine Freiheit im Sommer. Ja, aber es war nicht so gut, es war so gut hier zu sein. Ja. Ja. Sehr gut. Kommst du wieder? Ja. 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 Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wuhu. Hallo. 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 Ingrid. So. Hey, ich will nicht deine Hinterköpfe. Hallo. So, wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Seid ihr beim nächsten Mal dabei? Ja. Si. Ganz same. Die schöne Giulietta. Schöne Alessandra. Äh, schöne Melanie. Ja. Amiri. Gut, ich lasse euch gehen. Ihr müsst gehen, oder? Oh, beautiful. Ja. Nope. Jenysen. Juhu. Schöne Alessandra. Ja! Ja. 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 Juhu. Skaf. Ja. Skaf. 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 Ja. Skaf. Untertitelung des ZDF, 2020